Ninja Warrior Germany ist für mich wirklich mehr als eine Show. Wir sind eine riesengroße Familie. Die ganz kleinen Zuschauer brauchen mir immer das Herz. Und deswegen freue ich mich auch immer, dass ich da unten so nah dran sein kann. Es ist so viel positive Energie. Das ist einfach schön. Ninja Warrior Germany. Ab 21. September bei RTL.